Yo! Jetzt sind sie die Angeschmierten. Ich lasse mich doch nicht von diesen riesigen Hummern herumschubsen. Sie werden meine nächste Einkommensquelle sein. Bringt mir einige ihrer Schwänze und wir schlagen aus dem Problem einen Profit. Ich lasse mich doch nicht. 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 Zeit ist Geld. Habt ihr die Schwänze? Versucht mir nicht kaputt anzudrehen. Ich seh, er ist schon vor mir. Unsere eigenen berühmten Raulsumpfer Hummelcracker. Frisch aus dem Meer. Oh, es ist, als ob sich das von ganz alleine schreibt. Ich weiß eure Hilfe sehr zu schätzen, mein Freund. Ich werde sehen, ob ich für euch eure Leute besonders günstige Konditionen machen kann, okay? Bleib gut drauf. 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 Bleib gut drauf.